Wir sind hier mitten am Südschnellweg und dieser wird seit März 2023 durch die Aage, Vorherstungswanken und Hagedorn saniert. Im ersten Schritt, damit der Verkehr aufrecht erhalten werden kann, wird ein Behelfsbauwerk entlang der Hochbrücke gebaut. Dann wird der Verkehr dort rübergelegt und dann das Bestandsbauwerk abgebrochen. Im Anschluss an diese Arbeiten wird dann der Tunnel hergestellt. Dafür ist eine Baugrube erforderlich und wenn dieser dann fertiggestellt ist, dann wird sozusagen die B3 unterirdisch von der Hildesheimer bis zu Schützen erledigt. Also wir sollen jetzt hier innerhalb von weniger als zwei Jahren ein Behelfsbauwerk herstellen und das in einer innerstädtischen Lage. Also um das zu realisieren, haben wir eine Ausnahmegenehmigung für Sonn-, Feier- und Nachtarbeiten eingeholt. Wir arbeiten neun Tage und haben fünf Tage frei. Also ich glaube aus dem Bauverfahren können wir wirklich aus den Vollen schöpfen. Hier kommt so ziemlich alles zum Einsatz, was man sich vorstellen kann und das eben mitten in der Stadt. Also dort haben wir Bohrfall, Schlitzwand, Träger, Teilverdränger. Wir haben Ingenieurbau, dazu gehört noch der Straßenbau, der Kanalbau, der Gleisbau und das alles muss eng ineinander verlaufen. Und um erstmal diese komplexen Zusammenhänge sichtbar zu machen und auch zu erkennen, haben wir ein 3D-Modell gebaut, was wir auch ständig fortschreiben. Dort kann man dann das letztendliche Behelfsbauwerk sehen, man kann das Bestandsbauwerk sehen, man kann die ganzen Leitungsführungen sehen, die Schlitzwände, alles auf einen Blick. Und das hat uns natürlich geholfen, gerade in Besprechungen auf Kollisionen hinzudeuten oder aber auch den Anwohnern einfach mal zu zeigen, was wir hier eigentlich bauen. Denn ich sag mal, A mal B mal C ist von gestern. Wir wollen natürlich die Wertschöpfung davon erfahren und deswegen werden wir jetzt in Zukunft verstärkt auch über das 3D-Modell abrechnen, dass wir das verknüpfen mit unserem Terminplan, der in sich auch sehr komplex ist. Und somit erhoffen wir uns einfach in der Zukunft, dass wir dann auch gerade in Bezug auf die Baustellenlogistik oder auch die Flächen einfach so gut planen, dass dort keine Engpässe entstehen. Denn gerade in der Innenstadt ist das das A und O, dass wir hier vernünftig arbeiten können. Also das Projekt hat insgesamt eine richtig große Bedeutung, weil wir alleine vom Volumen her mit 90 Millionen glaube ich an Spezialtiefbau eine Projektgröße haben, die es bisher noch nicht gab. Genau dieses Projekt in dieser Region zu bekommen, zu akquirieren, ist natürlich fundamental. Das ist quasi ein Wald aus Lafetten. Alles, was wir wirklich in petto haben, ist hier auf der Baustelle vorne. Das zieht sich wie ein Wald über anderthalb Kilometer hin. Und ich sag mal, wenn das nicht beeindruckend ist, dann weiß ich auch nicht mehr. Die Herausforderung war, dass wir bei dem Projekt hier in sehr kurzer Zeit sehr viel Spezialtiefbauleistung erbringen mussten. Wir hatten drei Schlitzwandeinheiten, die gleichzeitig Tag und Nacht gearbeitet haben. Und es war eine ganz große Herausforderung, die Logistik hier in den Griff zu kriegen. Auf dem sehr engen Baufeld haben wir über 30 Silos aufgestellt, entsprechend viele Leitungen verlegt und das ganze Material muss natürlich dann nachher auch gereinigt werden. Das Besondere hier ist, dass wir versucht haben, einen Teil des Bentonids nachher bei der Entsorgung vorher zu trennen und nicht die ganze Bentonids-Suspension abfahren müssen. Für das Projekt bedeutet der Umweltschutz natürlich auch besonders viel. Also wir haben hier auf der Containerburg, bei den Bürocontainern eine netzgebundene PV-Anlage angeschlossen, sodass wir eine autarke Energieversorgung gewährleisten können. Des Weiteren gibt es eine eigene Kläranlage. Also wir verhindern somit diese typischen Entsorgungsfahrten von der Baustelle und den Umweltschutz trotzdem groß zu halten. Ich glaube, wir haben jetzt mit unserem Einstand gezeigt, dass wir hier alle wollen. Wir sind hoch motiviert. Wir arbeiten zusammen. Wir sind relativ jung für eine Baustelle dieser Größenordnung. Wir nutzen die neuen Tools wie zum Beispiel das 3D-Modell und wollen hier einfach zeigen, was wir drauf haben.